Ich starte aus meiner Auslage und der Deckung. Nun ist es wichtig, dass mein Knie die Bewegung anführt. Ich bringe das Knie hoch in die Luft, setze meinen Fuß, meinen kompletten Fuß auf und schiebe mit meiner Ferse nach vorne und pushe ihn weg. Nun ist es wichtig, dass ich mein Bein noch sauber absetze und nicht nach vorne hinein falle in die Bewegung.